Hi, Willkommen bei Andreaeles Autor. Der Busch Pirat hat dir eine Challenge ausgerufen und hat gesagt, stell deinen Tarpe oder deinen Pasha unter zwei Minuten. Ich will mich dieser Challenge auch stellen. Ich habe dabei mein British Army Shelter Sheet. Ich habe zwei Holzsäheringe, die habe ich schon geschnitzt und habe zwei Schnüre-Gummi-Expander zum befestigen. Gut, jetzt müssen wir dann noch die Stoppu starten. Und zwar hier. Null und los. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Challenge geschafft. Und wir können uns jetzt noch das Ganze ansehen. Ich muss dann noch die Kamera lösen. Sorry, dass es ein bisschen wackelt, aber ich will da wirklich nichts schneiden. Mein Kaffee-Wasser kocht auch schon. So sieht das Ganze aus. Hier mit Gummi-Expander auf beiden Seiten. Und hinten Holzherring. Hier auch ein Hering. Und hier ist es ungefähr, die Masse von den Bäumen müssen stimmen. Ich weiss nicht auswendig, wie viele Meter, aber so drei. Ich sage zwischen drei und vier Meter, dann passt das auch mit den Gummi-Expandern. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Und sage Busch-Pirat, danke für die Challenge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.